Und jetzt also in die Türkei. Die hat ihre Armee in den Nordirak geschickt, um dort die kurdische Arbeiterpartei PKK anzugreifen. Am Montag haben die türkischen Streitkräfte eine neue Offensive gegen die von ihnen als terroristisch bezeichnete PKK gestartet, wie das türkische Verteidigungsministerium mitgeteilt hat. Dazu werden Kampfjets, Helikopter und bewaffnete Drohnen eingesetzt. Darüber spreche ich nun live mit Thomas Seibert, der ist freier Korrespondent in der Türkei. Guten Morgen, Herr Seibert. Guten Morgen. Thomas Seibert, warum startet denn die Türkei jetzt eine Offensive gegen die PKK im Nordirak? Das hat viel mit der Jahreszeit zu tun. Im Frühling starten die Türken gewohnheitsmässig Interventionen im Nordirak gegen die PKK. Das hat damit zu tun, dass der Schnee schmilzt und die PKK-Kämpfer, die im Irak ihr Hauptquartier unterhalten, leichter in die Türkei einsickern können. Um das zu verhindern, schlägt die Türkei regelmässig im Nordirak zu. So auch diesmal der Krieg zwischen der Türkei und der PKK, der dauert ja schon seit 1984. Diese Frühjahrsoffensiven gehören dazu. Was ist denn das Ziel des türkischen Einsatzes? Vor allen Dingen geht es darum, Nachschubwege der PKK zu zerschlagen, Munitionsdepots, Stellungen, die Infrastruktur, die die PKK im Nordirak aufgebaut hat. Es geht auch darum, die Verbindungswege zu stören zwischen den PKK-Gebieten im Nordirak und den kurdischen Gebieten im benachbarten Syrien. Auch da kämpft ja die Türkei gegen kurdische Milizen. Diese Verbindungen sollen gekappt werden. Und deshalb erfolgt der Vorstoß eben gerade jetzt. Und wie reagiert denn die Regierung im Nordirak auf den türkischen Vorstoß? Das war ganz offenbar abgesprochen. Der nordirakische Ministerpräsident Barzani war wenige Tage vor Beginn der Aktion bei Präsident Erdogan in Ankara. Da hat man sich offenbar abgesprochen. Die irakische Regierung im Nordirak und die PKK sind sich nicht unbedingt grün. Die nordirakischen Kurden, ihnen ist es eigentlich recht, dass die PKK da nicht zu mächtig wird. Die Regierung, die irakische Zentralregierung in Bagdad reagiert. Auch das ist Routine inzwischen mit Protest. Man hat den türkischen Botschafter in Bagdad einbestellt und gegen diese Intervention protestiert. Ankara argumentiert, die Türkei habe das Recht zu dieser grenzüberschreitenden Militäraktion nach dem Prinzip der sogenannten Nacheile. Das ist ein Begriff aus dem Völkerrecht, der es einem Staat erlaubt, auf das Gebiet eines anderen Staates vorzustoßen, wenn eine unmittelbare Gefahr davon ausgeht. Ankara sagt, der Irak müsste eigentlich selbst dafür sorgen, dass die PKK dort nicht mehr aktiv sein kann. Aber weil der Irak das eben nicht macht, schickt die Türkei ihre Armee. Das ist jedenfalls die offizielle Darstellung aus Ankara. Sie macht das im Nordirak. Es läuft aber, Sie haben es erwähnt, auch eine Militäraktion gegen kurdische Kräfte in Nordsyrien. Wie ist denn dort die Lage? Dort ist es im Moment weiter so, dass die Türkei mehrere tausend Soldaten in verschiedenen Gebieten in Nordsyrien stationiert hat. Im Brennpunkt steht da die nordwestsyrische Provinz Idlib. Dort haben sich sehr viele Flüchtlinge versammelt, die möglicherweise in die Türkei abwandern könnten, wenn es eine neue Invasion der syrischen staatlichen Truppen dort geben sollte. Die Syrer werden unterstützt von den Russen, die ja inzwischen einen anderen Krieg zu führen haben. Sollten die Russen also Ressourcen aus Syrien abziehen, könnte das der Türkei nützen, weil es eben den militärischen Druck in Nordsyrien vermindern würde. Thomas Seibert, die Türkei greift immer wieder kurdische Kräfte an. Ein militärischer Sieg, insbesondere gegen die PKK, ist derzeit aber eigentlich unerreichbar. Wäre es denn da für die Türkei nicht besser, eine Lösung am grünen Tisch, am Verhandlungstisch zu finden? Dafür gibt es im Moment in der Türkei keine politische Unterstützung. Präsident Erdogan hatte einen Verhandlungsprozess geführt vor wenigen Jahren. Er hat dann gemerkt, dass ihm die nationalistischen Wähler von der Fahne gehen. Er hat den Verhandlungsprozess wieder gestoppt. Zu solchen Verhandlungen gehören ja auch immer zwei. Auch auf der PKK-Seite ist derzeit nicht zu sehen, dass man zu Verhandlungen bereit ist. So köchelt dieser Krieg weiter vor sich hin. Die Türkei ist militärisch überlegen, kann die PKK aber letztendlich nicht besiegen. Und deshalb geht dieses Spiel von Angriff und Gegenangriff auf dem Boden von Nordirak auch jetzt in diesem Frühjahr weiter.